Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin deutlich unter die Räder gekommen. Momentan traden wir bei 66.400 US-Dollar, nachdem sich die ganzen Divergenzen von gestern jetzt erst einmal nach unten hin aufgelöst haben. Ob es das jetzt schon war mit unserem kleinen Dump oder ob es noch weiter runter geht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und eure BingX-User-ID unten in die Kommentare reinschreiben, damit ihr wieder am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Gestern habe ich die Gewinner weitergegeben, das sollten dann heute oder morgen, denke ich, dann die Trial-Funds auf jeden Fall ankommen. Ja und wie gesagt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch keinen Kanal, äh, kein Kanal, kein Account bei BingX habt, den Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Gibt wieder ordentlich Boni abzustauben und es wurden auch wieder ein paar neue Coins dort gelistet. Also checkt gerne BingX ab und ich würde sagen, wir starten jetzt durch. Wie gesagt, Bitcoin bei 66.400 US-Dollar derzeit. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass wir massive Divergenzen haben auf einen 1-Stunden-Timeframe, auf einen 4-Stunden-Timeframe und diese haben sich dann gestern in einen größeren Abverkauf, ja, erstmal ausgespielt. Wenn wir uns das mal angucken, von unserem Top bis runter in, ja, auf 65.800 ging es knapp 6% nach unten. Wäre eigentlich der perfekte Short-Trade gewesen. Was mir aber gefehlt hat, und da haben wir ja gestern früh im Video drüber gesprochen, ich hätte gerne zumindest mal diesen Pivot hier oben bei 70.400 US-Dollar abgeholt. Das wäre so das erste Level gewesen. Und dann noch die Ineffizienz hier oben bei 70.600 US-Dollar. Das habe ich ja gestern dazu gesagt, das wären so meine Short-Entries gewesen. 70.400, 70.600 und dann ein Stop-Loss hier oben über 72.000 US-Dollar. Wäre eigentlich echt schön aufgegangen. Leider sind wir nur bis auf knapp 70.100 US-Dollar gestiegen. Und dann ging es auch schon los mit dem Abverkauf. Ich finde, das hat nichts mit den Bitcoins zu tun, die gestern die USA verschoben haben. Ist für mich einfach nur wieder so eine klassische News-Ausrede für das, was der Kurs jetzt gemacht hat. Ist im Endeffekt jetzt auch erst einmal egal. Wir haben unseren Abverkauf jetzt erst einmal bekommen. Volumentechnisch, aber auch keine riesen Auswirkungen. Wir sind direkt ins Golden Pocket von dieser letzten Aufwärtsbewegung von 63.000 auf 70.000 US-Dollar in das Golden Pocket reingefallen. Wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe angucken, sehen wir auch, dass wir die erste kleine Konsolidierung haben. Könnte sogar für einen kleineren Long-Einstieg hier dann sorgen in dem Bereich der 65.600 bis 65.800 US-Dollar. Hier können wir uns mal überlegen, ob wir hier eine kleine Long-Position aufmachen und diese dann bis nach oben hin mitnehmen. Fraglich wird dann nur sein, wir machen das FIP hier nochmal weg, wie weit wir im Endeffekt steigen. Grundsätzlich würde ich jetzt hier wieder ganz normal das FIP-Level anziehen vom jetzigen Stand aus, dass es wahrscheinlich so in Richtung 68.400 bis 69.200 US-Dollar hochgeht. Problem an der ganzen Sache ist, wir sind gestern genau an der 70.000 US-Dollar, also 70.100, auf manchen Börsen war es wieder ein bisschen unterschiedlich, aber genau dort sind wir rejected worden und da sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Short-Positionen aufgegangen. Und wenn meistens so genau auf so, ja, entweder 70k oder 60k, immer so ganze Stellen immer die ganze Short reinkommen, ist das meistens so ein Anzeichen, dass wir nochmal da hochgehen und die restlichen Shorts noch einmal mitnehmen und dann liquidieren. Was mich dann eher wieder zu der Annahme bringt, dass wir hier eben trotzdem nochmal in Richtung 70.400 bzw. 70.600 US-Dollar steigen könnten. Vielleicht spricht da auch einfach nur ein bisschen so meine, ja, meine Laune der Natur heraus, weil ich einfach Bock habe, hier noch den Short zu machen, weil ich es gestern nicht gemacht habe. Aber gut, das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Möglichkeit. Heute jetzt erstmal einen Blick behalten, ob wir unten unseren kleinen doppelten Boden kriegen und von hier aus dann einen neuen Anlauf starten. Gestern hat noch jemand in der Telegram-Gruppe gefragt, wo denn meine Take-Profits wären, weil manche anscheinend hier Short reingegangen sind. Wer Short ist, ich würde jetzt auf jeden Fall schon mindestens zwei Take-Profits rausnehmen. Also ich habe es gestern schon dazu gesagt, zu dem einen, um die Uhrzeit, da waren wir glaube ich bei 67.400. Ein Take-Profit, jetzt sind wir ins Golden Pocket runter. Das wäre der zweite Take-Profit. Ansonsten würde ich jetzt dann den dritten Take-Profit dann irgendwo hier unten bei 63.000 oder 64.000 US-Dollar legen. Also nur zur Info, wer Profite nehmen will, nehmt auf jeden Fall Profite. Wer auf jeden Fall Short ist, kann auch hier auf jeden Fall den Hedge Long eingehen. Das heißt, 50% der Positionsgröße, die noch offen ist, würde ich dann einfach hier Long gehen und dann schauen, im Endeffekt, was passiert. Ihr habt nicht wirklich viel zu verlieren, weil ihr könnt dann euren Stop-Loss hier irgendwo in den Bereich der 64.600 US-Dollar legen und dann seid ihr safe, weil die Position Short größer ist. Sollte die Long funktionieren, könnt ihr die Long zumachen. Die Short-Position habt ihr ja sowieso schon abgesichert, beziehungsweise Profite genommen. Ansonsten steht heute News-Technik nichts an. Morgen ist dann fett, so viel ich weiß. Das heißt, heute bin ich mal gespannt, wie sich die Kurse entwickeln. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier sind wir im Endeffekt genau dahin gekommen, wo ich es eigentlich gestern wollte, denn wir sind aufs 0786, aber ich habe es ehrlich gesagt überhaupt nicht im Blick gehabt. An sich hat es gepasst. Ich hoffe, irgendjemand hat vielleicht hier den Short irgendwie mitnehmen können. Ich leider nicht, weil ich habe es nicht im Blick gehabt, bin ich ehrlich. Also sorry. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem nochmal die Chance irgendwie, dass wir heute im Laufe des Tages nochmal hier hochkommen oder sowas. Es würde ganz gut zu Bitcoin eben nochmal passen, wenn wir sagen, okay, wir gehen bei Bitcoin hier in Richtung Golden Pocket 68.000 US-Dollar, dass wir dann vielleicht bei Ethereum auch nochmal hier hochgehen, damit wir oder ich nochmal die Chance kriege hier für die Short-Position. Ansonsten, wer den mitgenommen hat, würde ich auch empfehlen, mal mindestens Take Profit 1 zu nehmen und Stop-Loss Entry. Sollten wir hier nochmal hochkommen, werde ich es auf jeden Fall versuchen. Ansonsten erinnert mich bitte in der Telegram-Gruppe, schreibt, hey Manu, wir sind jetzt bei 3.400 US-Dollar bei Ethereum, gehe in den Short rein, danke. Mehr hätte ich gar nicht gewollt, aber ich habe es gestern einfach nicht zeitlich geschafft, hier nachmittags nochmal irgendwie auf den Chart drauf zu gucken. Ansonsten, Plan bleibt bestehen, wer drinnen ist, Take Profit 1, chillen und nächsten Chart raussuchen. Ansonsten die Altcoins, mal ganz kurz der Überblick, überhaupt keine Veränderung, keine Altcoins-Season, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, gehen wir rüber zu Gold. Auch hier keine Änderung. Ich habe gestern noch in der Telegram-Gruppe noch ein kleines Update geschrieben, dass Gold auf dem Weg ist. Ist es auch, beziehungsweise war es gestern. Ich hoffe hier immer noch auf den doppelten Boden. Das ist immer noch die Position von letzter Woche, die wir uns erhofft haben mit dem Long-Szenario für dann da oben. Warten wir mal ab, was da heute noch kommt. DAX, auch überhaupt keine Änderung. Weiterhin Short-Position, weiterhin immer noch Take Profit 2 genommen. Ich überlege nur noch, ob wir hier vielleicht die Position sogar noch mal verdoppeln. Also da bin ich noch ein bisschen am Überlegen hin und her. Mal schauen, wie wir heute im Laufe des Tages hier rein starten sollten. Wir haben auf jeden Fall hier das Gap gefüllt von letzter Woche. Sollten wir noch mal eine Erholung kriegen, werde ich wahrscheinlich dann die Position verdoppeln, weil wir haben schon zwei Take Profits und Gebühren etc. pp. Für neue Take Profits sollten wir dann im Endeffekt dann auch mal drüber nachdenken. Ja, ansonsten Euro gegenüber US-Dollar hat seinen zweiten Take Profit erreicht. Leider nicht mehr hier hochgekommen für die Verdopplung jetzt erst einmal. Kurzfristig, aber gleiches Szenario wie bei Bitcoin und Ethereum. Kleine Erholung hier vielleicht bis 1,085 Euro. Und dann möglicherweise nächster Abverkauf. Das wäre so das Wunsch-Szenario. Egal, wir sind auf jeden Fall Short. Zwei Take Profits genommen. Ich würde dann aber wie gesagt hier oben dann mal eine Überlegung ansetzen, dass wir hier verdoppeln bei der Ineffizienz bzw. zwischen Golden Pocket 1,084 und 1,085. Das wären so die Verdopplungen, wo ich drüber nachdenken würde, noch mal die Short-Position zu verdoppeln. Ansonsten, ja, tut sich eigentlich relativ wenig. S&P 500, ja, hat seinen Abverkauf jetzt nicht wirklich fortgesetzt. Wir sind hier eher seitwärtsphase. Und der Volatilität-Index hat jetzt auch erstmal hier kurzfristig seinen Support gefunden. Ansonsten, ja, wie gesagt, tut sich relativ wenig. Altcoins für mich absolut uninteressant, gerade Videos zu machen. Tut sich zu wenig. Außerdem gehe ich immer noch von tieferen Kursen aus, beziehungsweise rechne damit immer noch. Deswegen warten wir hier weiterhin ab. Und ansonsten, ja, warten wir mal ab, was der Tag so bringt. Wie gesagt, Ethereum, Bitcoin, auf jeden Fall hier long drüber nachdenken bei Ethereum über den Short. Damit wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, BingX abchecken, Account machen, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, was jede Woche stattfindet. Und dann war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.